Hallo und herzlich Willkommen zu ein paar Minütchen Gedanken zum Thema Teile und Herrsche. Jeder hat da schon mal von gehört. Jeder weiß, dass die Obrigkeiten dieses Spiel spielen. Und kaum einer ist sich bewusst darüber, was für Auswirkungen das eigentlich im eigenen Leben hat und wie sehr wir das alle mitspielen, wenn wir Partei für eine gegebene Seite, die sich durch die Gegenseite definiert, Partei ergreifen. Und nur so funktioniert dieses Spiel überhaupt. Die Obrigkeiten können dieses Spiel nur mithilfe derer spielen, die sich teilen und beherrschen lassen, auf diese Weise. Bitte, bitte, bitte macht euch Gedanken darüber, weil es wirklich essentiell ist, weil es so ziemlich jeden betrifft. Ich will überhaupt gar nicht großartig anfangen, irgendwelche Beispiele zu nennen, weil es dann automatisch immer irgendwelche Leute trifft. Aber ein Beispiel nenne ich trotzdem, weil es so omnipräsent ist im Moment. Und das ist einmal das Lager derer, die Angst davor haben, nach dem Tag der Entlassung eine vollständig installierte NWO im Sinne von 1984, nach den Vorgaben von George Orwell vorzufinden. Und das andere Lager ist die Fraktion der QAnons, die halt eben hoffen und mehr können sie auch nicht, weil Wissen tut keiner tatsächlich irgendetwas, Wissen tut keiner, was passiert gerade. Wirklich mit handfesten Beweisen aufwarten kann gerade offensichtlich niemand, sonst wären die ja irgendwie sichtbar. Guckt euch bitte das mal genau an. So ein bisschen einfach mal, auch wenn man jetzt auf einer der Seiten steht, guckt euch bitte das Ganze mal aus der Vogelperspektive an, sprich umfassend. Und dann seht ihr, dass auf beiden Seiten sich alle, die Partei ergriffen haben, benehmen wie Angehörige von Sekten. Die ihr Glaubensmuster vertreten und für das Richtige hinstellen und alles andere für falsch. Und zwar alles andere. Auch du bist da nicht nur der Feind, wenn du die Gegenseite vertrittst. Du bist noch viel mehr der Feind, wenn du dich da einfach rauslässt und gar keinen Partei ergreifen willst. Dann bist du noch das Schlimmste übel. Teile und Herrsche funktioniert nur auf der Basis dessen, dass da irgendwelche Leute mitspielen. Und mitspielen tut man, indem man Partei für irgendetwas ergreift. Und dann auch noch anfängt, andere dann dafür zu beschimpfen und anzugehen, dass sie es anders sehen. Weil das ist ein Problem unseres Verstandes. Der Verstand will immer Recht behalten. Das heißt, kategorisch jubelt er über jede einzelne Bestätigung, die er bekommt. Sprich, die, die uns nach dem Maul reden, die sind automatisch die Guten und alle anderen sind die Schlechten. Und das hilft uns allen tatsächlich überhaupt gar nicht. Bitte, wenn ihr daran beteiligt seid und gerade in irgendeiner Form irgendeinen Gegner seht, macht euch bewusst, dass ihr in der Falle gelandet seid und dieses Spiel mitspielt. Und die ganze Welt auf eure Kosten mitleidet. Da kann man raus. Man kann einfach sagen, bestes Ding, da rauszukommen, ich habe keine Ahnung. Mit ich habe keine Ahnung sagt man noch nicht mal, ich interessiere mich nicht dafür, sondern einfach, ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich, und das ist das Einzige, was der Wahrheit entspricht, und keiner weiß gerade irgendetwas. Wir können alle nur irgendwelchen Vermutungen folgen. Und dann macht euch bitte bewusst, dass ihr gerade das Spiel von anderen Leuten mitspielt. Macht es euch bitte bewusst. Weil das ist so ziemlich das Dümmste, was man als Mensch in diesen Tagen machen kann. Das wirklich Dümmste. Also ich rede wirklich von Dummheit. Ich rede von nicht einem Mangel an Intelligenz, sondern von einem, in Bezug darauf glücklich zu sein, sehr, sehr törichten Verhalten. Fast jeder sich bitte an die eigene Nase. Es ist so wichtig, das zu erkennen. Weil solange wir da nicht rausgehen, wird sich überhaupt gar keine Welt ändern. Aber die Welt wird sich maßgeblich ändern mit jedem Einzelnen, der aus diesen Sachen raustritt, der aufhört, andere anzukacken, weil sie eine andere Meinung haben. In irgendwelchen Aussagen anderer Bestätigungen für sich selber zu finden. Mit ich habe keine Ahnung, braucht man das alles gar nicht. Und dann ist man sehr schnell daraus. Und man findet automatisch Zugang zu einem Haufen Zeit, eigener Zeit, die dann frei steht für anderes. Und wenn man dann anfängt, dieses Andere zu machen, was dann nämlich dem eigenen Spiel entspricht, dann erst merkt man, wie sehr man vorher seine Zeit vergeudet hat und wie Perlen vor die Säule geschmissen hat und seine Energie verschenkt hat an die, die sich als Dritter gefreut haben, dass Leute so doof waren, sich gegeneinander aufhetzen zu lassen. Das ist kein Spiel von uns. Das ist das Spiel derer, die dadurch tatsächlich dann und nur dadurch die Macht über uns gewinnen. Und da muss doch irgendwo noch ein letzter Funken gesunden Stolzes in uns sein, der uns das verbietet, weiter mitzuspielen. Denkt mal einfach drüber nach. Mir war es ein Anliegen, das gerade einfach mal anzusprechen. Tschüss mit F. Habt euch lieb. Und wenn euch das hier gefällt, dann teilt es. Gerne. Und lasst mir ein Like da, wenn ihr möchtet. Meine Trolle lassen auch immer fleißig ihre Dislikes da, wenn alle immer so fleißig werden wie die. Tschüss.